was haben sie über ich bin blind ja hallo leute herzlich willkommen hier nach lange langer zeit wieder mal zu einem neuen video hohoho wer läuft denn da ein bild rum ja hey gott josa was geht's ja servus leute ja und zwar wieder zocken gestern doch gestern ja ein bisschen ja gestern paar dummste hast und ja da machen wir jetzt auf jeden fall mal weiter hier ich sehe schon du hast super kleidung an mit deinem blonden schaubchen da muss sein muss sein muss sein du hast mich nicht in deinem team eingeladen ja ich komm sofort ja schrecklich mit deinem badmobil oh gott josa das haben sie nicht gesehen okay das haben sie es nicht gesehen das haben sie über ich bin blind also schnell weit 1,6 kilometer durch leider oben ja klar weil wir praktisch gerade die karte überfliegen ja du kannst es ja ich hätte ich hätte die acht kilometer mit meinem auto fahren müssen dann fand ich noch eine ziemlich hässliche strecke weil du halt ständig diese code diese ganze kurven berg berg runter pass auf nicht 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 das mittlere noch nichts mittlere noch erstmal die ganzen linken die zwei links und die zwei rechts ich mach die zwei rechts und die zwei links und genau und ja ordentlich widerstand also normalerweise sind sie ein einschuss tot ja das sind gepanzerte fliegzeuge ok schießt man die hier den jetzt runternehmen ja weil das ding ist jetzt ja weil sie ist perfekt weil ich habe extra jetzt warten wollen damit wir nicht so weit fahren müssen jetzt ist er perfekt da das passt auf ich verdammt doch mal also bis die mal die hat eine reaktionszeit von einem rentner ich habe einen kopfschuss kassiert das haben wir jetzt top gelöst fand ich verdammt nein 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 ich bin so ein ich bin auch so ein held ja komm rein die schießen auf uns schon wieder ja ich weiß das ist ultraschweres scheiß fahrzeug zu fahren wenn du ständig oben raus fliegen kann ok dass ich glaube nicht so eine gute idee habe ich habe ich habe ich habe ich ja wollte ja ich habe ich habe alles so leise und rolle ok nicht ganz schön alles auch alles unter kontrolle alles im grün bereich ist es Ich fand die Aktion gar nicht so schlecht, ich weiß gar nicht was du meinst. Also mit der Explosiven. Ganz super alles hier. Guck mal, dieser Schießstein mal rein, die fliegen schon rum wie eine Lottokugel. Die fliegen einfach nochmal hoch und auf Füße schon. Ich hab vor uns noch ein paar Stück. Ja ich sehe es ja, aber ich treffe es ja auch Oberkörper, aber die verrecken einfach nicht. Ja ja, mit der Explosiven kannst du da ja nicht headshotten. Mach du mal weiter, ich hole schon mal das Fahrzeug, dass wir hier weiterfahren können. Oh mein Gott, pass auf. Oh stark, stark. Wo kommen die jetzt? Von hinten irgendwo. Komm rein. Lasst mich an den Minigun, ihr Verrecken. Ey, ich schwöre, von wo kamen die jetzt da oben ein? Die kamen einfach von hinten, ich hab das gerade selber nicht gepeilt. Also, geil. Ja, der Hanakashator. Wissen sie, das sehe ich. Ah, ich habe jemandem einen Kopfschuss gegeben mit Minigun. Minigun, ein Headshot ist das Beste. Das fühlt sich immer am besten an. Ohren weg mit ihm. Oh mein Gott, das ist super. Alter, der Arme passt an, wie der gerade weggeflogen ist. Und ich bin da einfach total ausraschen. Hab wieder jemanden Headshot gedrückt da drin. Im Auto. Ja, wir haben sie eigentlich geschafft. Nice. Oh mein Gott, ich habe es gehalten. Ja gut, hier wäre es noch nicht so schlimm gewesen. Hier sind keine Gegner. Aber wieder jemanden getötet im Auto drin. So. Alles klar. Oh mein Gott. Yeah. Wir haben die Mission auf jeden Fall jetzt geschafft. Und ähm. Heidenspaß gehabt. Heidenspaß gehabt. Ich musste rumfahren. Deswegen hast du natürlich auch Platin gekommen, weil er alle Kills hat. Das darf ja nicht wahr sein. Ich bin Low Level, ich muss mich boosten. Ich sehe es schon hier gerade in der Aufnahme. Ich sehe das auch in der Aufnahme, dass ich ein bisschen geblendet werde. Von dem Monitor, von dem ganzen Setup hier. Aber so ist nicht mal so schlecht. Ich komme zu dir und schmeiße eine Flashgranate ins Gesicht. Dann passt Sau wieder. Dann kommt es auf das gleiche hinaus. Ja, ja. Strahlt wahrscheinlich sogar noch weniger als hier mit dem Wildschirm in der Face Game. Haha. Haha. Naja gut. So auf jeden Fall. Das war es jetzt wieder mal zu dieser Folge hier. Ähm. Ja. Haben wir gut gemalt. Ging eigentlich. Also ein Team, den wir haben hergeben müssen. Aber sonst haben wir das First Strike geschafft. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann. Lassen wir nicht lügen. Beim Kanjali. Genau. Die Kanjali-Misterung. Wir holen das gleich nämlich. Einen riesengroßen Panzer mit Hightech-Funktion. Schaut vorbei. Und macht es gut. Machen wir jetzt so toll und so was an? Also bis zu der nächsten Episode. Haut rein. Oh ja, Joseon. Macht's gut, hey. Ciao, ciao.